Die Hoffnung stirbt zuletzt, insbesondere beim DAX, denn immerhin geht der Kurs nach oben. Wenn man sich mal den gestrigen Tag anguckt, ja schon ein bisschen und der erste Teil des heutigen Tages, wir gucken das hier beim Index 15-Minuten-Chart, dann seht ihr, das ist doch nicht so schlecht gewesen. Naja gut, aber noch ist die Welt nicht vorbei, denn tatsächlich dieser Anstieg ist ja etwas, wo wir sagen können, das ist doch nicht so übel, wenn es jetzt tatsächlich in einer korrektiven Form, ich mache mal hier ein Beispiel, vorsichtig, bitte nicht missinterpretieren, das was ich hier blau gemalt habe, ist jetzt nicht die Ankündigung genau so passiert, das haben wir schon eingereicht bei der Börse, so ist es nicht, das wäre aber noch ein positives Bild. Ihr seht, dieser klassische Dreiweller, wenn er denn so käme, wäre auch mit diesem starken Rücksetzer noch denkbar. Also es ist noch nicht die Welt verloren, das Ausmaß der Korrektur wäre auch mit diesem Bild, was ich gerade gezeichnet habe, also Schub runter, wackele ich nach oben und nochmal hier nach unten, immer noch völlig in Ordnung, ihr erinnert euch hier immer in diese Kiste rein, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer als die entsprechenden Marken, ist okay, das wäre noch in Ordnung und wäre doch immerhin auch, Rüdiger, das höre ich so gerne, ein schönes Long-Bild. Ja, aber dafür müssen wir noch eine Bedingung erfüllen, nämlich, dass wir nach diesem ABC, was ich jetzt angedeutet habe, es muss erstmal kommen, das ist schon mal die erste Aufgabe und anschließend müsste er auch hier irgendwie das nochmal durchstoßen oder zumindest auf kleinerer Ebene sowas anbringen. Das heißt, ein bullischer Markt ist an Bedingungen geknüpft aktuell, die möglich, die absolut realistisch sind, ich sage mal vorsichtig, nicht unwahrscheinlich sind, aber die nicht im Sinne von, ja genau so wird das jetzt passieren, ablaufen. Das heißt, wir müssen mit dem Gedanken spielen, dass der Markt vielleicht sich sogar noch weiter nach unten absetzt und jedwede Korrektur, die wir nach oben hier bekommen, wackelig, dreiwellig als Alternative, ABC, sich das Ganze, was wir hier vorne hatten, hier hinten nochmal fortsetzt und dann wird das irgendwann, je tiefer dieser Punkt ist, nicht mehr passen in diesen typischen Format, kleine Korrektur bis in diese Kiste rein. Also ich kann das hier nochmal zeichnen, wenn wir das mal hier so ungefähr so auffassen wollen. Das wäre ein klassischer Rücksetzer. Ja, wir sind schon drin, aber das ist nicht korrektiv, hier der Teil, also brauchen wir noch ABC, aber wenn da so viel tiefer liegt, ja dann ist die Geschichte gestorben. Das heißt, es kommt jetzt wirklich darauf an, was die Marktteilnehmer in den nächsten Stunden machen, ist ganz schön relevant, auch im übergeordneten Bild, ob das, was wir hier sehen, tatsächlich als erster Bullenstart hier gilt oder ob der Markt sagt, ja, nein, das war ein nice try, das machen wir natürlich nicht. Für die Intraday-Händler unter euch vielleicht jetzt mal genauer gucken, hier bei meinem ganzen Geschmiere, was ich da drin habe, ein bisschen genauer gucken, ob es hier in den nächsten Stunden, Minuten mal irgendwie wackelig hochkommt. Wenn das der Fall sein sollte, wäre das nochmal für einen Zwischenschort denkbar. Also das ist analog zu dem Bild, was wir eben im Index hatten, mehr oder weniger so weit, so gut. Also Rücksetzer bis ungefähr beim Future-Kurs. 12.900 kann auch ein bisschen tiefer, kann auch so 850, würde ich jetzt auch noch nicht maulig sein, wäre eigentlich da, was das angeht, ganz passend. Ich kann es auch hier nochmal mit dieser klassischen Box versuchen. Also ihr seht, dass dieser Rücksetzer in dieser Form, ich mache es mal in groß nochmal, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen, hier nochmal der Anstieg, seht ihr das? So halbwegs fünffällig? Ob man das hier schon erkannt hat? Häufig höre ich immer als Vorwurf, das sieht man ja erst im Nachhinein. Ja, macht ja nichts. Also ich bin ja froh, dass ich es jetzt erkenne. Ja, also klar, ich hätte es vielleicht auch gerne hier innerhalb schon gesehen. Ich muss gestehen, dafür war mir das zu komisch. Ich bin hier nicht wirklich begeistert gewesen, um hier aktiv zu sein. Aber spätestens jetzt sehe ich doch, dass der Anstieg relativ stark ist und die beiden wesentlichen Pausen, nämlich hier und hier mehr oder weniger, dass die überlappungs-, also überschneidungsfrei sind. Das ist allerdings nicht wirklich korrektiv. Das heißt, das müsste erst nochmal so richtig dreiwellig werden. Wenn es so aussieht, ist es ja super. Und ihr seht, hätten wir sogar noch eine Idee, einen Zwischenschort zu machen für die Intraday-Händler heute Nachmittag vielleicht eine ganz schicke Geschichte. Wenn da zwischendurch eine Korrektur wackeliger Natur oder ABC-mäßig kommt, wären das eigentlich ganz gute Indizien. Also ihr seht, ich bin im Moment eher so noch auf der Abwärtsseite. So richtig auf der bullischen Seite bin ich vorläufig noch nicht. Allerdings so ein bisschen im Rahmen, was ich gesagt habe, von mir aus auch noch 12.850, so von mir aus. Das wäre aber dann so der Punkt, wo ich sage, jetzt kippt der Spaß. Dann bin ich nicht mehr so richtig glücklich. Und vor allen Dingen, da muss es dreiwellig hin. Nehmen wir mal an, er läuft jetzt direkt auf dieses Niveau, was ich gerade genannt habe. Dann ist das ja Null-Korrektiv. Wie soll das dann noch nach oben kommen? Im Gegenteil, wenn dann die nächste Korrektur kommt, ja, tapfer noch mal nach unten hier gehen. Also da ist mitnichten das letzte Wort gesprochen. Es ist noch längst nicht gesagt, dass der Bullenmarkt keine Chance hat. Ich habe es jetzt mehrmals aufgezeichnet. Aber ob er sich wirklich durchsetzt, das könnt ihr sehen, indem ihr das hier abwartet und gegebenenfalls entsprechend handelt. Entweder da, beziehungsweise dann, vielleicht nicht ganz so lang, so ähnlich lang wie das hier, dann entsprechend an der Marke noch mal wieder für die Long-Seite. So, also ihr seht schon, in etwa, wo das Ganze hinausläuft, jetzt müssen wir nach Amerika mal gucken, denn dort, ja gut, es bewahrheitet sich mehr oder weniger das Bild. Wir hatten gestern drüber gesprochen, da hatten wir gesagt, ja, Anstieg haben wir da ja. Ja, also als wir gestern gesprochen haben, sah das noch so aus. Aber wir haben ja schon gesagt, also wirklich ein Impuls, ist das impulsiv? Ich weiß es nicht. Die gesamte Bewegung ist korrektiv. Ihr seht steigende Tiefs, steigende Hochs. Das ist Anstieg, ist auf jeden Fall ein Aufwärtstrend. Aber es ist ein sogenannter Gegentrend, Countertrend, wie wir sagen dazu, weil korrektiv, weil alle Gegenbewegungen, die wir hier im Wesentlichen haben, überschneidend sind. Und der hier auch noch mal, also insofern, das waren alles keine guten Zeichen. Das heißt, auch hier vorläufe ich erst noch mal die Abwärtsseite. Und hier wird sich jetzt entscheiden, drehen wir jetzt von hier an um oder machen wir noch mal einmal den Umweg, den ich auch ganz attraktiv finde, dass wir noch mal eine Pause machen, korrektiv in die Richtung gehen. Wir wissen, korrektiv, okay, korrektiv hoch, dann kriegen wir die starke Bewegung der Vorzeit. Ah, korrektiv hoch, dann kriegen wir die starke Bewegung der Vorzeit. Ihr seht, also daran könnt ihr abschätzen, wenn das so korrektiv ist, ob es dann noch mal in die entsprechende Richtung geht oder nicht. Lohnt sich da der Einstieg im Wesentlichen? Hier ist es ja auch noch nicht so richtig weit gelaufen. Also das wäre ja ein möglicher Einstieg gewesen. Ist sehr weit weg zugegeben, aber das ist so mal eine Möglichkeit. Lohnt sich der Einstieg? Da gucken wir noch mal eine Stufe größer und dann sehen wir, im Wesentlichen haben wir hier eine Korrektur und hier, also so ein bisschen tiefer, kann ich mir durchaus noch ohne weiteres vorstellen in dieser Aufwärtsbewegung. Und dann wird es langsam knapp mit dem Bild, was ich gestern gesagt habe. Also ihr seht, das Abwärtsszenario, was sich immer mehr durchsetzen dürfte, wenn wir diese Überschneidung hier bekommen. Ich weiß, viele sehen hier eine Unterstützung. Ja, es ist eine Unterstützung. Ja, kann ja sein, dass er hier erst noch mal durchgeht und anschließend noch mal runtergeht. Aber Brüche dieser Marke wären klare Zeichen. Da hat sich nichts dran verändert. Bleibt der Oberhalb, dann war es noch mal gut gegangen. Also ihr seht, wie relevant die aktuelle Situation hier ist, um dieses sehr bullische Aufwärtsbild noch aufrecht zu erhalten. Das ist jetzt der S&P 500. Ich mache ihn mal auf Tagesebene. Nur einfach, also der Future darauf. Ihr seht, zack, 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 zack. Und wenn ihr jetzt den Dreh wirklich bekommt, wäre noch alles okay. Im Rahmen einer Fünffälligen, einer Haupttrendbewegung, geht er hier durch, das ist die von mir ja mehrfach schon genannte Marke, 3950, wäre das Aufwärtsszenario vorläufig deutlich unattraktiver. Und jetzt das vielleicht für den einen oder anderen Verwirrende, das heißt ja nicht, dass er dann hier trotzdem nach oben kommt, vermutlich aber dann wohl eher korrektiv. Und dann hätten wir eine relativ starke Abwärtsrichtung und die besten Voraussetzungen nach unten. Deshalb ist es so relevant, hier doch noch mal kurz im kurzzeitigen Chart zu gucken. Also ihr seht im Moment, hier in vier Stunden, da haben wir so ein bisschen die Zwitterfunktion, in vier Stunden, hier sehen wir noch mal, das ist klar wackelig. Hier hat es sogar eher einen dreiwelligen Eindruck, wenn man sich das so halbwegs anguckt. Aber wir haben es ja gesehen, es hat mehrfach gewackelt. Und dementsprechend, die Fortsetzung nach unten ist sehr, sehr realistisch. Wenn dem tatsächlich so ist, dann durchstoßen wir ziemlich wahrscheinlich diese Zwischenhochsmarken. Und dann wird es noch mal richtig ungemütlich. Also da ist es noch längst nicht vom Tisch. Ich will jetzt keine Panik verbreiten, überhaupt nicht. Denn das steht ja noch gar nicht fest, dass das passiert. Jetzt die Frage abschließender Natur, was sollen wir denn jetzt tun? Naja, ich sage mal so, für die kürzerfristigen, habe ich es ja angedeutet, achtet auf diese Verlaufsmusse, ähnlich wie beim DAX. Dann könnt ihr heute Nachmittag kurzzeitig sogar noch mal auf der Short-Seite oder wenn es dann auf der Oberseite bricht, diese Zwischenhochs, also falls es heute Nachmittag so noch aussehen sollte, ja dann halt auf der Oberseite, die Long-Seite, solche Bewegungen könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr im großen Bild unterwegs seid, dann bleibt euch wahrscheinlich nicht großartig was, außer abzuwarten, was er hier jetzt macht, ob er diesen Dreh hinbekommt oder nicht. Aufgrund dieser Verlaufsgrößen habe ich so fast den Eindruck, dass die Amerikaner keinen echten Bock haben für Long. Werden wir dann sehen. Also für die etwas längerfristigen, ihr werdet dieses Szenario abwarten müssen. Es nützt leider nichts. Viele sagen, ja, aber ich will jetzt sofort wissen, kann ich einsteigen, um dann reich zu werden, weil der Kurs sich verdoppelt oder zumindest mal nach oben strebt. Das wüsste ich auch gerne, das weiß ich nicht. Ob er abprallt, weiß ich nicht, aber ich habe Frühindikatoren. Frühindikatoren, kennen die ganzen Fundamentalisten unter euch, und was ist ein Frühindikator? Wenn ihr eine starke Richtung habt und eine dreiwellige Gegenbewegung, ist das eine Frühindikation, da geht wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Also dreiwellig im Kleinen oder im Großen. Achtet also drauf, wenn es hier wirklich mal steil hoch geht und dann das, dann habt ihr vorläufig erst noch mal wieder Verschnaufpause, denn dann ist es erst noch mal ein gutes Stück nach oben und wenn wir oberhalb dieser Marke bleiben, besteht eher eine ernstzunehmende Chance, dass das sogar dann noch diese alten Hochs hier rausnimmt. Ja, viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Achtet auf dieses Verlaufsmuster. Das ist eine Sache, die ihr immer wieder sehen könnt, hier für die Frühaufsteher oder Spätpartyheimkehrer, starke Bewegung, wackelige. Ich sehe das nicht immer. Hier war es zum Beispiel nicht. Siehst du, Rüdiger klappt nicht. Ja, aber wenn ich es denn sehe, wenn ich eine starke habe und eine dreiwellige Gegenbewegung, habe ich eine gute Voraussetzung, dass es eben noch mal in die Richtung geht, merkt euch dieses Grundszenario. Es hilft nicht, um sicher keine Verlusttrades mehr zu machen. Es hilft euch aber, um viel selten auf der falschen Seite unterwegs zu sein und viel häufiger auf der richtigen Seite mit dabei zu sein. Deshalb zeige ich euch das so häufig, damit sich das in eure Netzhaut einbrennt. So, und ich hoffe jetzt, dass ihr das Ganze auch noch profitabel heute Nachmittag umsetzen könnt. Dafür drücke ich euch alle Daumen, die ich da habe. Zwei Stück sind es an der Zahl. In diesem Sinne euch alles Gute und bis zum nächsten Beitrag.